ja metal leute furchis meinung ist mal wieder da und zwar über ja die erste frage die sich mir stellt warum habe ich das gekauft ich habe keine ahnung das war irgendwie so ein spontan einkauf ich habe auf jeden fall von gut und günstig edeka ihr wisst ja ein kilo ist da drin jetzt kommt für wenn der rein war immer seit das 45 tage würde das halten würde ich mal sagen aber was ich schön finde an der verpackung man kann sie hier schön locker flockig halten und der karton ist sehr stabil und man hört es da ist schon keine würfelchen mehr sondern auch viel lose locker ja noch mal zurück wenn man das jetzt da so also wie die flug eigenschaften sind weiß ich nicht weil das ist doch aerodynamisch und von cf wert eine katastrophe ja aber so ein kilo doppelt verglast könnt ja durchfliegen ja das macht man nicht weil das ist ja lebensmittelverschwendung ja ich frage mich immer noch warum ich das gekauft habe ja da muss ich halt mal ein energy drink für euch kredenzen also metal of leute